Welt R&Space-Museum, wo wir denn jetzt... Das ist eigentlich... Erstmal Kopf, gell, ne? Und dann... So... R&Space-Museum... Seid ihr bereit? Ich aktiviere und dann... Ja... Mh... Habt ihr das Ziel? Wir gehen zum... Wir gehen zum Viewpoint-Museum, ne? Na, ihr habt das Ziel, ne? Wo wir... Wir gehen zum Viewpoint-Museum. Gehen von da aus spät rüber. Na gut... Ja, na denn... Ja... Das scheint da in der Kirche drin zu sein. In der Kathedrale oder irgendwo. Ja, deswegen übt man schon... In dem Museum. Deswegen singen, üben. Ja, schon mal die... Chorbücher rausholen. Ja. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Da sind Feinde in den... Das sind wir hier, ja. Ja. Feindliche Feinde. Guck, die brennt schon wieder. Oh, die machen Gift. Ja, ja. Nicht aufhalten, die Zeit läuft, Jungs. Hm. Ich wär... Ich wär ja vom Kontrollpunkt aus rüber gelaufen. Da runter dürfen wir nicht... Nee. Da habt ihr recht. Hier bin ich schon mal gelaufen, weil ich da rein musste. Ja. Wir machen jetzt weiter. Hä?! Ja. 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 Ich sehe sie falsch, wir müssen hier den Eingang, den Eingang, ruhigen Eingang, da ist er ein bisschen ruhiger aus, außenrum hier, ein bisschen außen, um die ganze Hecke, genau, ja, ja, außenrum, ganz außenrum, ne, ja, Olaf, ich würde sagen, ganz außenrum, um die Hecke rum, ja, ganz außenrum, um die Hecke rum, hier, aber sie geht schon da, hier sind noch Feiling, soll ich anfangen, na, du kannst gerne anfangen, dann machst du den erst mal alleine, bis sie da sind, ne, ich fahrs noch bei euch, weil sonst finden wir die mit rein, dann kommt sie von hinten, weil, ja, ja, Okay, tick, 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 okay. Ja. Gut. Wir können, wir können, wir können. Versicht! Hits auf! Hitschieße auf! Tango! Oh, ja! Oh, ja! Ihr müsst noch mal hier raufkommen. Ja, wenn ihr auf eine Pfeile sitzt, haben wir runtergerossen. Oh! 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 Wir kommen nach, Sigi. Wenn alles fertig ist. Ja, okay. Mach ich hier Einzelkämpfe. Geh auch. Egal. Nein! Nein! Ein Spratzle! Ein Dicker! Okay, ich mach. Oh! Oh! Hey, ich bin! Oh! 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 Und? Oh! 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 Die ist hier! Wir haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Wir haben das Ziel erwischt. Wir haben das Ziel erledigt. Gute Arbeit. Gut, der kann hier reinkommen. Wieder einer weniger. Gute Arbeit, Agent. Was warst du, Frau Lenzer, draußen? Ja. Oh, so können wir es auch machen. Ich habe von der Tür aus raus reingefossen. Ach so, das war gut. Weil die liefen ja alle raus. Die kommen ja alles zu dir gelaufen. Ach so, hier geht es wieder raus. Olaf, hast du deine Drohne suchst? Die hängt da irgendwie draußen. Die ist dir nicht hinterher gekommen. So haben wir den Kopfgeld-Einsatz, ne? Ja, das war es. Das war der Lucky. Da musst du jetzt reichen. Du musst jetzt an die Station und dann wird der ausgemustert. So, jetzt haben wir... Müssen wir doch mal quatschen oder was? Kopfgeld-Einsatz verfügbar, Air- und Space-Museum. Da müssen wir jetzt hin, oder nicht? Ja, da ist der Lucky jetzt. Jo, also erstmal wieder Karte und gucken wegen... Kopfgeld. Ich habe ja nichts mehr drauf, aber da ist noch erstmal vorgeblänkelt. Ja. Air- und Space-Museum ist zu Abschluss. Ja, jetzt kommt erstmal Fillmore-Pater... Ne, warte mal, ich mach den nochmal. Ich aktiviere den jetzt mal. Ja, ich aktiviere den jetzt mal. Achtung. Hm. Ich habe Mitchell Lucky Woods lokalisiert. Geben Sie so schnell wie möglich zum Air- und Space-Museum. Air- und Space-Museum, ne? Air- und Space-Museum. Da ist er drinnen. Nee, nee, der ist nicht in unserem Air- und Space, der ist woanders da ein bisschen drin. Der ist im Air- und Space-Museum. Ja. So. Wir müssen auch vorher woanders hin. Vorher. Gut. Ja, dann siehst du, was markiert ist. Du hast es jetzt extra markiert. Sieh mal da, was markiert ist vom Besprechen. Das ist links daneben oder rechts daneben, je nachdem, wie man die Karte anschaut. So, wir stehen vom Air- und Space-Museum. Und er ist im Air- und Space-Museum. Hier wird das lustig, direkt am Anfang. Ja, mir ist das was. Dann können wir da rein. Ja. Na, wo wolltest du denn? Anders kommst du hier nicht rein, Olaf. Vom Computer ist was anders angezeichnet worden. Aber das macht dir nichts. Achten Sie darauf, dass Ihr Arsenal voll ist. Lucky ist schwer bewaffnet. Lucky ist schwer bewaffnet, jawohl. Mach das Feuer aus! Es ist erreicht. Was ist das denn, finde ich, scheiße, heute wieder. Was ist das denn, finde ich, scheiße, heute wieder? Bööö. Lebensfunktionen kritisch. Warte, fächter Hund. Schwere Verwundung entdeckt. Agent Kampfunfähig. 它 hat mehr als known. Was ist das denn? Was ist das denn, für mich? Oh! 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 und Es kann den ganzen Tag so weitergehen. Es ist nachwärts. Was? 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 Der ist gefährlich da! Dann ist der Doktor Abnahm, er macht ihn tot, er macht ihn tot, er macht ihn tot, er macht ihn tot, er hat eine Drohne zum Hinschicken. Oh weg damit! Was hast du nix mehr? Null Medikament Pets mehr! Null Ding! Ase doch nicht damit so rum! Ase nicht damit so rum! Olaf, der kommt auf Gedanken! Nette! Liegt hier bequem in seiner Deckung, verstehste? Macht die Beine in die Luft, ne? Ja! Hab doch Mitstreiter, die hier mit campen! Äh! Da muss ich doch nicht campen! Äh! Ich bin nur für die Aufnahme zuständig! Ja! Du delegierst nur, ne? Ja! Ich muss das auch geben, die Leute! Ja! Ja! Das sind die ganz... Ich bin der stille Beobachter! Ja! Ja! Das sind die ganz Reichen, weißt schon! Ja! Die lassen umbringen, die lassen... Ne? Die lassen! Naja, du warst ja auch nicht so weit vom dunklen Anzug entfernt! Wär ich? Ja! Wieso? Ja! Ja! Immer frische bügeltes Hemd an, im Leben! Ja! Das sowieso! Immer! Ja! Immer! Oh! Diese Scheiß-Blenderei! Nein! Hinter dir, Olaf! Danke! Kommst du wieder? Ne! Ach! Ich komm wieder! Ach so! Cool! Oh, hier muss man rein! Ich breine! Either! Genau! Ich weiß nicht! Sag dir vorgesehen! paddle령! Additionally! indelegneter sterben unser drei darunter die hilft unabhängig kontakt Ich schieße ihn! Ich schieße ihn wieder. Von hier aus! Da hat er gar nicht. Ich schieße ihn! Beide ich jetzt noch! Komm, bitte zu den weg! Ohm-Bohm Fertig? Ja! Fertig Gut Blablabum, blablabum, blablabum Nein, und rauf, gell? Wir müssen irgendwie rauf. Ja. Geht nicht. Ah, da geht die Treppe hoch. Es treppt nach oben. Oh, hat sich schon wieder aufgehängt. Und der Seite bin ich noch nie.